Freunde, könntest du mal einen Film, boos, könntest du mal eine Freunde, T-Lo, will einen Diss-Track gegen Farad Bang machen, was auch noch an T-Lo, Farad Bang ist so gesagt, äh, wie gesagt, wie dein Vater, du bist Luke Skywalker und, äh, Farad Bang ist Darth Raider, Digga, was willst du Diss-Track gegen den machen, wegen so welchen Leuten hast du doch erst angefangen zu rap, man, er war der Vorreiter, wie für ihn Sido der Vorreiter war, oder machst du hier irgendwelche Welle, Digga, äh, man muss ja auch mal gucken, wie lange deine Karriere überhaupt noch geht, wie gesagt, wenn du weiter so Sachen in dich reinschmeißt, irgendwann ist es vorbei, Digga, es geht schneller, als man denkt, dein Körper erkennt nur eine gewisse Grenze, irgendwann übertreibst du und bumm, bist du weg, ich wünsche es dir nicht, ich wünsche dir nur das Beste, aber bei sowas muss man echt aufpassen und dann auch noch Welle schieben gegen die, gegen die andere Generation, die sich von sowas fern gehalten und mehr erreicht hat, also übertreib deine Lage nicht, mach deine Karriere, halt dich während von Drogen, aber mach hier keine Welle, Okay, meine Freunde, es ist fast wie du für einen Bus, aber nicht gleich, nicht vergessen, meine Freunde, bis zum nächsten Mal, meine Freunde